Wer schreibt? Die Mädels fragen, ob ich mit ins Freibad möchte. Ach wie schön, die ist ja heute sowieso total langweilig und es ist ja auch mega heiß. Wenn du jetzt schnell zusammenpackst, dann kriegst du den Bus noch. Moment mal, du kannst nicht mit. Wieso kann sie nicht mit? Hast du heute schon in den Spiegel geguckt? Willst du ernsthaft, dass dich jemand im Bikini sieht? Ist das jetzt dein Ernst? Mein vollkommener Ernst. Hast du ihren Bauch gesehen? Der ist richtig dick geworden. Das ist vollkommen normal. Dein Körper verändert sich in der Pubertät und Frauen haben eben einen höheren Körperfettanteil. Ja, so lässt sich es einfach leben, oder? Immer schön die Verantwortung von sich wegschieben. So wie du gerade aussiehst, will dich keiner im Bikini sehen. Lass dir eine Ausrede einfallen. Lass dich bitte nicht verunsichern. Du hast einen schönen, gesunden Körper. Hör einfach nicht auf sie. Aber ich habe wirklich zwei Kilo zugenommen. Und das sieht man auch. Aber das ist doch ganz normal. Du hast ja auch Brüste bekommen. Oh schade, ich habe heute leider keine Zeit. Vielleicht das nächste Mal. Ah. Vielen Dank.